Hier, Bantenschneider. Ne, Quatsch, Bolzen-Schneider zum Bantenschneiden. 10 Euro im Flohmarkt. Ich hole mal eben vor, stark. Wir schneiden jetzt eine Bank durch. Hose, meine, nicht wieder Schnüppel. Da habe ich zwei Teile. Das ist ein Vorschlag, ziemlich dick ist. Das ist auch so dick, ne? Ist das dünner? Wir messen mal. Mach nicht aus. Ja, ha. So, dies ist ein Messieber. Null? Können wir sehen? Null? Ja. Und der hat wahrscheinlich sechs. Warte, warte, warte. Sechs. Sechs. Und der hat wahrscheinlich ein Achter. 7,7. Hauen wir mal das Sechser durch. Das ist unser Altes, ne? Mit den beiden Terminals dran. Hauen wir mal das Achter durch. Das ist auch noch ziemlich gut. Es sind keine Kerben drin, nicht abgenutzt. Kein Spiel drin, eher schwergängig. Angesetzt. Und geknappt. Das ging doch gut. Jetzt muss das deine Frau nur auch noch hinkriegen, ne? Ja. Ist auch schwer. Das ist gewalt. Und du musst dir vorstellen, wenn du jetzt bei See gegangen bist. Hoch auf See. Ja, ja. Voll auf See hier. Ohne See gang. Hat geklappt. Höchstschirm. Vielen Dank.